Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Ankündigungsvideo, denn einige habt ihr es ja schon gesehen, es gibt jetzt auch mit unserem Logo drauf, wie zum Beispiel dieses Shirt oder dieses Shirt, da seht ihr auch unsere beiden unterschiedlichen Sachen, die ihr drauf haben könnt. Genau, Logo 1 und Logo 2. Ich 2? Ja, du hast 2. Okay, aber es gibt natürlich auch jede Menge andere Sachen. Und wo gibt es die ganzen Sachen auf? GetShirt. Den Link findet ihr unten in der Beschreibung. Genau, einige haben es bei uns vielleicht auch schon auf Facebook gesehen, aber wir dachten, wir machen einfach mal noch ein kleines Ankündigungsvideo, um auch die Leute, die vielleicht nicht uns auf Facebook folgen, einfach mal noch so hinzuweisen. Wenn ihr was davon haben möchtet, natürlich gerne über den Link. Und zur Eröffnung gibt es direkt erst mal 10% Rabatt auf alles, außer Tiernahrung. Ja, die gibt es gar nicht mit unserem Logo drauf. Aber, da wir auch recht nah daran sind, eine Meilenstein zu erreichen, wieder bei unseren Abonnenten, nämlich die 10.000, haben wir uns überlegt, machen wir demnächst einfach einen Special Deluxe Stream, wieder mal wie zu den 5.000. Aber diesmal verlosen wir Sachen aus dem Shop, also T-Shirts, Tassen, je nachdem, lasst euch überraschen. Und bevor die zu euch gehen, gehen wir erst noch zu UND, denn ihr bekommt von UND ein Autogramm auf jedes Teil. Genau, wenn ihr natürlich nur wollt. Ansonsten könnt ihr es auch direkt so bekommen. Also dann, viel Spaß damit und ciao, ciao. Mami, sag mal was. Mami, ah, nett. Sitzen, aufrecht sitzen. Mami, ja. Das ist mein erster Eigen-Shop. Das ist mein erster Eigen-Shop. 6. 7. 15.